Fiasco! Der sitzt jetzt nicht mehr da, wo wir ihn gelassen haben. Er ist weitergegangen und jetzt geht es runter. Ja, warum die immer schlechte Laune haben. Das Schöne ist, man muss sich ja nicht mal mehr grüßen. Man kann einfach nur nicken und jeder versteht, dass man eigentlich grüßen wollte. Ja, da ist der Wasserfall und irgendwo da unten sind die Pools, wo den wir hart stehen. Es ist ausnahmsweise nicht slippery. Und wenn man eine Kamera in der Hand hat, weichen die Leute einem auch aus. Oh, das ist definitiv schöner. Okay, hier ist es slippery. Es tropft von oben. Hinfort, Wasser. Hier. Ist schön. Nass unten, nass oben, nass an der Seite. Es kommt ein bisschen komisch, wenn ich mit der Kamera rede. Der Name ist da oben. Wer ist das? Fall away! Was sind die Emmerle Pools? Was sind die Emmerle Pools? Was sind die Emmerle Pools? Ja, das ist natürlich auch eigentlich sehr. Das ist das. Die Emmerle Pools. Die Emmerle Pools. Die Emmerle Pools. Schwiegen. Unter anderem fällt es von mir. Viel zu viele Menschen. Wasser. Wasser. Menschen. Inder. Aha. Ja, da hinten kommt man.